An seinem Geburtstag Loris Karius feiert Traumhochzeit mit seiner Diletta Vulcano, Italien, genau an seinem Geburtstag gab er seiner großen Liebe das Ja-Wort. Der deutsche Fußballer Loris Karius, 31, und die italienische Influencerin Diletta Letta, 32, haben sich am gestrigen Samstag in einer romantischen Zeremonie in Italien getraut und dabei blieb kein Auge trocken. Seit 2022 gehen Karius und Letta gemeinsam durchs Leben, kründen ihr Glück bereits 2023 mit ihrer Tochter Aria. Als die Moderatorin schwanger war, hielt der frühere Liverpool-Keeper um die Hand seiner Angebeteten an, Anfang Juni feierte die Fußball-Moderatorin ihren Junggesellinnen-Abschied auf Ibiza, jetzt war es endlich soweit. Schon am Freitag hatte Karius auf Instagram angedeutet, dass dieses Wochenende ein ganz besonderes werden würde und sollte damit natürlich Recht behalten. Vor einer traumhaften Kulisse auf der Insel Vulcano vor der sizilianischen Küste zelebrierten die Frischvermelden genau am 31. Geburtstag des Bräutigams ihre Liebe. Letta veröffentlichte noch am Samstagabend einige Fotos auf Instagram, die sie mit »Alles, was ich je gewollt habe« betitelte, das Motto der Hochzeit, das sie in ihren Schleier eingestickt den gesamten Tag begleitete. Michelle Hunziker kann auf der Hochzeit von Loris Karius und Diletta Letta die Tränen nicht zurückhalten. Dabei dürften natürlich auch zahlreiche prominente Gäste nicht fehlen. So war unter anderem die frühere »Wetten« dasselbe. Moderatorin Michelle Hunziker, 47, mit ihrer Tochter Aurora, 27, anwesend und konnte Vorrührung nicht an sich halten. In Tränen aufgelöst von der ersten bis zur letzten Sekunde, kommentierte Aurora einen Clip ihrer Mutter, der diese dabei zeigt, wie sie sich die Tränen in ihren Augen wegwischt. Die italienische Mega-Influencerin Chiara Faragni, 37, gewährte ihren Fans noch Einblicke in die Feier am Abend und zeigte nicht nur die Gäste beim Tanzen. Untertitelung des ZDF, 2020